Und von daher danke ich nochmal ganz herzlich dem Verein Lebenswertes Floretsdorf, den Winzerinnen und Winzern, den Stammersdorfer Männergesangsverein, der Stammersdorfer Blasmusik und vor allem Ihnen, weil Sie heute gekommen sind und mit uns gemeinsam dieses Fest begehen. In diesem Sinne, alles Gute, ein herzliches Glück auf, Prost und damit ist das Stammersdorfer Weinfest 2019 eröffnet. Die Nefügel dazu, die Hülle, mein Ur und mein Ur und aus mein Kram, die Amol fort und mir die letzte Speerstundscht, der in mir mit an Stitzern kann, im Himmel eine Kraft.